Hallo und Herzlich Willkommen hier zurück bei Minecraft Continuum. So meine Freunde, es ist heute wieder soweit. Wir haben wieder Minecraft und ich bin immer noch dabei Obsidian zu gießen. Ich habe natürlich noch ein bisschen was gefunden. Wir haben jetzt 21 Blücke Obsidian. Und wir gucken mal schnell, was unsere Presse macht. Ja, wir haben einen Eimer mit Samenkernöl. Das bedeutet, wir können industrielle Hampfsamen herstellen. Na ja, dann machen wir. Gut, der Arbeiter kann ich eigentlich schon mal mitnehmen, weil ich habe so eine Nacht. Ich kriege das im Keller nie mit. Oh, Quest Complete. Sehr schön. Wir gehen mal kurz schlafen. Und dann werden wir den Hampfsamen draußen schon mal anpflanzen. So. Warte mal, ich habe ja auch da Sachen gesehen. Wo mir gar nicht gefallen. Das könnte man ja auch gleich... eigentlich... Alter Ei. Ich habe keine Ordnung hier. Absolut nicht. Da ist er. In Ordnung bringen. Machen wir das mal. Wie sieht es hier aus? Oh. Das war es schon. Ähm. Ja. Wie sieht es da aus? Ähm, ja. Okay. Wir brauchen noch mehr Samen. Egal. Lassen wir das jetzt erstmal. Wir haben fünf mal industriellen Hampfsamen. Da waren ein paar Sachen, die mir nicht wirklich gefallen waren. Hier zum Beispiel. Zack. Wenn wir mal wieder Reißsamen haben. Hab ich Reißsamen? Wären wir das anpflanzen. Wir gehen mal hier hin. Und werden hier unseren industriellen Hampf aussehen. Dann kann der nämlich wachsen. So. Ja. Das läuft. Jetzt wollte ich doch mal ins Haus rum schauen. Weil hier haben wir überall Löcher drin. Und wo ist mein Kies? So. Zack. 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 Ähm. Okay. Okay. Die sitzen eigentlich hier mit unseren Bienen aus. Oh. Na hab ich keinen Platz im Inventar. So, das ist doch eigentlich nicht richtig, oder? So, ist da was frei, äh, reif? Nein. Jetzt hoffe ich mal, dass der relativ schnell wachsen tut hier. Wachse, wachse. Kein Knochenbild dabei. Das will ich jetzt sehen, das machen wir mal schnell. Na, ein bisschen Bambulsahne noch mit dem. Wenn was reif ist. Hallo. Der ist auch reif. Reif, reif, reif. Okay. Das wollte ich im Ofen machen. Erinnert mich bitte das nächste Mal dran, dass das in den Ofen geht. Ja, ich räume einfach auf. So, du kommst da rein, du kommst da rein. Reis, können wir da Reissamen drauf machen? Lass mich mal gucken. Ja. Ja, da kannst du doch mal da rein. Und du auch. So. Ja. Zack. Und zack. So, da kann das nämlich weiterlaufen. was wollten wir machen. Nein. Auch nicht. Ich brauche nicht schon wieder Glas an. Ich weiß, ich habe welche gehabt. Ich weiß, ich habe welche gehabt. Hier. Okay. So. Open. Ähm. Nein, anders so. Head. Open. Block. Zack. So. Dann können wir das auch soweit schon mal das Loch stopfen. Ein bisschen. Ja. Wir holen uns nochmal Steinziegel. Ja. Ja. so immer die kisten auch leer machen einfach mal da immer wieder durchgehen ein Kuppel schön Glas klares Glas wie sieht es hier aus? wow ok, wird nicht reichen, werden wir noch ein bisschen brauchen kein Glas hoch nicht schwarzes Glas, aber das reicht nicht so schauen wir mal ob es reicht, vielleicht reicht es ja, vielleicht haben wir ja einmal Glück wenn es reicht reicht genau, wir haben Glück, sehr schön gut äh das reicht nicht das ist unser hoher Anmacher Weizenkörner Weizenkörner ich kann ja mal probieren, vielleicht geht es ja auch mit Weizenkörner ja, dann lassen wir mal da noch den Stack Weizenkörner durchlaufen schön, wir gehen mal schnell nach oben sonst vergesse ich das nämlich auch wieder da rein Knochenmäher kann man natürlich nicht hier Knochenmäher 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 nehmen wir mal naja bisschen was mit und dann schauen wir mal wie es unserem industriellen Amt geht volles Nachtwirt volles Nachtwirt volles Nachtwirt Aha, ok Kriegen wir da Samen raus Ja Ok schön, dann lassen wir jetzt hier eine Uhr wachsen Funktioniert es wird dunkel und ist jetzt halt das mal ins Bett rum Wo ist mein Kiesel? zack, zack, zu ok, ab ins Bett So, und dann wollen wir doch mal schauen irgendwo ist das Bett Alter Alter so Ab ins Bett schnell Ab ins Bett schnell Führ zu Mann, Mann das kann ich gar nicht leiden nicht besser So Einen Stress hmm Einen Stressbruch Einen Lodschest Ok So Einen Engineering Throck Bench Ein Converal Belt Ok Jetzt gucken wir mal nach der Work Bench was wir dafür brauchen So Habe ich das Wasser mal da drin Gucken wir mal rein Wow Einen Saft Lecker Einen Saft Einen Saft Einen Saft Einen Engineering's Manual So Einen Prozidian haben wir noch Ok Da rein Gut Gut Hmm Wir schauen mal kurz in unseren Ofen hier Zack Zack Was soll man da gut nochmal da rein So Dann kann der nämlich weiter arbeiten So So Die machen wir da gleich wieder rein hier Holabblock funktioniert wahrscheinlich nicht Äh Wie sieht's jetzt hier aus? Okay, kann ich dich zerlegen? Alter, alter, okay, gut. Okay. Hm. So. Der ist schon informiert, dann kommst du da rein. Schön. Was ich eigentlich noch vor hatte, das kann ich euch mal zeigen. Ich will mal gucken. Okay. Wir werden uns mal noch so ein paar Tanks bauen. Wir werden die hier in der Wand versenken. Und vielleicht die Leitungen auch mal schauen. Aber das sieht ja auch relativ interessant aus. Erstmal. Gut. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Wir wollten uns schauen. Und dann... Ach. Oh Gott. Das muss ich jetzt erstmal Workbench. Das hier. Die brauchen wir. Dazu brauchen wir. Ist eigentlich recht einfach. Tweeted Woodblanks. Wir brauchen Tweeted Woodblanks. Eine Workbench. Wir hoffen die normale um. Tweeted Fences. Das ist alles. Okay. Wir machen uns jetzt mal... Ich hoffe ich habe Holz bei unten da. Mal durchgucken. Toll. Da habe ich überall so Scheiße draus gemacht. Da haben wir noch Fichtenholz. Da gehen wir jetzt mal hoch. Ich nehme mir mal... Ich bin mal so frei... Ich nehme mir sicherheitshalber. Ein bisschen was mit hier. So. Ähm. Wir machen uns jetzt erstmal... Paare. Von denen hier. Und... Mal kurz reinschauen. Wir brauchen insgesamt... Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs... Sieben, acht, neun. Machen wir uns mal zehn Stück. Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Start. Okay. Machen wir den Tank hier wieder voll. Dann... hoffe ich mal, dass... eine Workbench brauche, ne? Alter, ich habe so viel Zeug hier drin. Ich muss das mal aufräumen. So. Dann kann ich ja nämlich arbeiten. Das kommt mal weg. Die kommen mal weg. Das hier auch. Noch mehr. Pfeile. Federn kommen dann oben hin. Da gehen wir jetzt nicht hoch. So. Ähm. Machen wir erstmal da Sticks. Und dann brauchen wir... Ich muss gucken, dass wir genau das Richtige machen. So. Vier. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Und... Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. So. Ein Mann. So. Ein Mann. So. Jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Okay. Ähm. Eins, zwei, drei. Du da hin. Und du da hin. Und dann haben wir die Engineering's Workbench. Und... Und... Quest-Complete. Und das stellen wir natürlich... Ordnungsgemäß hier. Was können wir jetzt da mitmachen? Ich hab' keinen Blassen-Zeigerezept denn. Okay. Ingenieurin... Stahlplatte. Aha. Okay. Könnte ich eigentlich auch direkt darunter stellen. Naja. Jetzt lassen wir's mal da stehen. Gut. Okay. Complete. Loot chest. Gucken wir mal was drin ist. Kupferbarn. Ich bin begeistert. So. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Ein Converor Belt. Ein Converor Belt. Äh. Hm. Ne. Wie war... Ingenieurinx. In. In. Immersive. Immersive. Heißt's. Immersive. Ich sehe's noch nicht. das wird nur kurz gucken ja stahl nackert leider müssen wir hoffentlich noch was haben ich weiß zwar nicht wo wir brauchen wir bauen es einfach mal damit einfach im quest weiter kommen wenn man früher oder später bestimmt so die förderbar haben wir leider schön das haben wir so zwei stahlnacket ok und müsste eigentlich das komplizier ja eine lute ist so jetzt wird es interessant racing metas das ist das jahr brauchen zwei konvertiert und steel scaffolding heavy engineering block redstone und kolben ok das ist mächtig wir brauchen also zwei von denen eine haben das ist die hier dann bauen wir uns gleich noch mal ich muss ein leben das muss noch ein leder das haben die zwei haben zwei stils gefolgt die da die zwei oder stahlbauen ist die rots Drei Stahlbarren und Steerwads. Ich gucke aber lieber vorsichtig. Steerscuffer. Okay. Das muss man aber auch mal schauen. Wir haben ja hier diesen Blast für uns. Eisenbarren und Stahlbarren. Okay. Dann hauen wir doch einfach mal in den Ofen. Ah, da. Nee. Alter, ich dreh noch durch mit meiner Ordnung. Geräumt habe ich sie auch nicht. Wenn sie aufgeräumt werden, würde ich sie ja finden. Ich habe doch Stahlbrand. Wo sind die jetzt? Ich habe besser gesagt, wir reißen da. So. Gut. Das dauert lang. Aber wir lassen da jetzt mal Stahl brennen. Gut. Gut. nein. So. Stil. Zwei Stück. Gibt vier. Okay. Okay, das möchten wir jetzt nicht. Kann ich dich nicht stacken? Doch. Das haben wir. Das haben wir auch. Das sieht keiner. Dass ich da wieder zumülle. Schön. Was haben wir da drin? In Hamburg. Das ist gut. Hamburger ist gut. Die zwei Heavy Engineering Blocks brauchen wir. Heavy Engineering Blocks brauchen wir. Heavy. Okay. Elektrumbarren. Eloy Killing. Gold und Silber. Darum haben wir den gebaut. Okay. Was bist du? Wir haben sogar 14. Elektrumbarren haben wir. Kupfer und Stahl. Also wir brauchen auf jeden Fall Stahl. Und wir sehen ja, das dauert ewig. Bis da der Stahl durch ist. Ich nenne jetzt mal zwei Stahl und Slack. Gibt es hier. Na super. Wir lassen das jetzt mal hier durchlaufen. Und nachher noch die Coldtok raus. Und hauen das da rein. Okay. Wir lassen den Stahl hier durchlaufen. Das nehmen wir mal raus. Und in der nächsten Folge, denke ich mal. Werden wir da auf jeden Fall weiter kommen. Eins, zwei, drei, vier brauchen wir. Und dann nochmal vier. Das sind acht, zwölf Stück brauchen wir. Aber wir brauchen... Ja, einen. Und dann brauchen wir noch einen Redstone Engineering. Diesen hier. Da reichen Eisenbahnen. Und Kupfer. Mal schauen. Vielleicht können wir ja auch noch Kupfer gleich in den Ofen machen. Dann ist das nämlich bis zur nächsten Folge auch fertig. Habe ich noch Kupfer? Elektro-Adventsholz. Nee. Okay. Dann hauen wir mal. Und stecken Kupfer da durch. Komm mal raus hier. Kupfer. Hauen wir mal mit der Holzkohle. Schön. Gut. Dann sind wir soweit mal für heute durch. Wir haben den Ingenieurungsblock gebaut. Wir haben hier ein bisschen umgeräumt. Das können wir noch leer machen. Ein bisschen, wenn wir wieder Platz haben. Wir sind wieder total zugemüht. Ist das nervig. Egal. Okay. Also meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und es wird spannend hier. Gucken, wie es mit diesem Ingenieuring, was damit noch auf sich hat. Wie die nächste Maschine aussehen wird. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020